Mit dem Auto fahren wir ca. 12 km in südliche Richtung direkt an die österreichische Grenze und beginnen nach dem Ort Scharnitz unsere Wanderung in östliche Richtung in das Hinterautal, immer der Isar entlang. Eine kleine Brücke über der Isar in Richtung Scharnitzer Alm bot uns den ersten fantastischen Blick über den türkisblauen Fluss mit seinem weißen Kiesbett, umrandet von Wald und Bergen. Hier wurden früher die Flöße mit Bau und Brennholz für Bayern zusammengestellt. Vorbei an der rustikalen Hütte der Scharnitzer Alm über bunte Almwiesen, zum Teil auch mit seltenen Bergblumen. Freilaufenden Kühen und immer wieder beeindruckende Ausblicke über die glasklare, wild fließende Isar. Musik Es war an diesem Tag sehr heiß, aber im Schutz des Waldes und immer in Wassernähe war die Hitze gut zu ertragen. Dennoch entschlossen wir uns auf den parallelen Rückweg, also über diese schöne alte Holzbrücke und auf die andere Seite der Isar. Musik Von hier aus kann man jedoch auch bis zum Isar-Ursprung wandern. Das wären nochmal ca. 10 Kilometer weiter, in östliche Richtung, mit einem Höhenunterschied von ca. 180 Metern. Das Ziel heißt dann, bei den Flüssen. Dort treten mehrere kleine Bächlein aus dem Karwendelgebirge heraus. Das Wasser sickert durch das Kalkgestein, um dann am Rand der Berge herauszufließen und sich in einem Fluss zu vereinen. Und das ist der eigentliche Isar-Ursprung. Also keine Quelle, wie man denkt. Musik Gut gegessen haben wir im Gasthaus Wiesenhof. Sehr zu empfehlen. Musik Das war eine kleine Wanderung durch die Schönheit und Stille der Natur am Fuße des Karwendelgebirges entlang der Isar. Musik Heute ging es drei Kilometer nach Mittenwald zum Kranzberg-Sessenlift. In luftiger Höhe schwebten wir über die Baumspitzen und Almwiesen. Im Hintergrund das Karwendel, Wetterstein und Estergebirge bei herrlichem Sonnenschein bis zum Kranzberg in 1250 Meter Höhe. Musik Das war unser Ausgangspunkt für eine Wanderung durch herrliche Gebirgslandschaft mit kleinen Wildbächen und bunten Almwiesen. Musik Wir liefen über saftig grüne Buckelwiesen, vorbei an einer kleinen Bergkapelle mitten im Wald. Musik Bis hin zum Bergsee Lautersee in 1013 Meter Höhe. Auf der Terrasse der Lautersee-Alm stärkten wir uns, um den Rest der Strecke bis zum Parkplatz vom Kranzberg-Sessellift relaxt zurückzulegen. Musik 44 Kilometer in Richtung Nordwest ging es heute zur königlichen Villa Schloss Linderhof, in der Oberbahnhof, in der Oberbahnhof, in der Strecke bis zum Parkplatz der Strecke bis zum Parkplatz der Strecke bis zum Parkplatz. Musik Der Märchenkönig, der unter anderem auch das Schloss Neuschwanstein und Herren Thiemsee bauen ließ, errichtete dieses 1870 bis 1886 und es wurde zu seinem Lieblingsschloss. Es ist das kleinste der drei Schlösser und das einzigste, was noch zu seinen Lebzeiten vollendet wurde. Musik Die besonders schönen Parkanlagen vereinen Motive des französischen und italienischen Barockgartens und des englischen Landschaftsgartens. Die geometrischen Blumenbeete, die Laubengänge, die lange Kaskade mit Neptunbrunnen, Musik Die Fontänen, Statuen und Vasen. Alles das hat uns sehr beeindruckt. Musik Musik Außergewöhnlich sind dann noch die Parkbauten, unter anderem der mauerische Kiosk. Musik Und die Venusgrotte. Diese wurde gestaltet nach dem ersten Akt von Richard Wagners Tannhäuser. Es war für die damalige Zeit eine wahnsinnig technisch und bauliche Herausforderung. Die Grotte ist 1876 vom Märchenkönig Ludwig II. künstlich angelegt worden. Sie war damals mit Kohlestablampen elektrisch beleuchtet. Eine Wellenmaschine bewegte den kleinen künstlichen See, dessen Wasser und die ganze Grotte beheizbar war, um eine angenehme Badetemperatur zu erreichen. Verrückt. Das Schloss selbst ist vollgepackt mit Gold, Seide und totalem Prunk. Ludwig II. war nun mal ein Einzelgänger und schuf sich mit Linderhof sein eigenes Reich. Heute nicht mehr vorstellbar. Aber es ist es wert, dieses Schloss als Gesamtkunstwerk aus dieser Zeit zu besichtigen. Musik 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 Musik